Regina Spektor mit Hotel Song um 10 Minuten nach 5 in der Morningshow am Nachmittag bei Flux FM. Viele Kriege in der Welt wurden und werden unter dem religiösen Deckmantel geführt, von den Kreuzzügen bis zum sogenannten Heiligen Krieg. Im Namen Gottes oder Allas passieren viele schreckliche Dinge, aber es können auch gute Sachen entstehen. Das möchte jetzt ein einzigartiges Projekt in Berlin Mitte zeigen. Dort soll ein Gotteshaus entstehen, das alle drei großen Weltreligionen unter einem Dach vereint. Das Christentum, das Judentum und den Islam. House of One heißt dieses Projekt, das sich durch Spenden finanziert und deshalb auf viel Hilfe angewiesen ist. Vorangetrieben wird es vom Rabbiner Tovia Ben-Kurin, dem Pfarrer Erik Hausmann unter anderem und dem Imam Kadir Sanji. Und der Pfarrer und der Imam sind jetzt bei Flux FM im Studio. Ich sage herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Das klingt nach einem spannenden Projekt. House of One. Einzigartig eigentlich bislang in der Welt, wie wir eben schon gerade im Vorgespräch festgestellt haben. Woher stammt die Idee, Christen, Juden und Muslime unter einem Dach zusammenzubringen? Und das vielleicht ausgerechnet bei uns in Berlin. Die Idee stammt von der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri St. Marien in Berlin Mitte. Die St. Marienkirche ist die Kirche direkt am Alexanderplatz. Und die Frage war, in den Jahren 2007 bis 2009 hat die Stadt Berlin am Petriplatz auf der südlichen Museumsinsel angefangen, den Grund auszugraben und ist dort auf die Urstadt Berlins gestoßen, auf Köln. Auf einen Ort, wo eine Lateinschule, eine Kirche, ein Rathaus standen. Und die Frage war, was wird an diesem Ort entstehen? Die letzte Kirche wurde 1964 abgerissen. Und nun war die Frage, wie kann dieser Ort wieder ein Ort der Stadt werden? Und gleichzeitig ist die Religion, sind die Religionen damit beteiligt? Und die Stadt hat dann bei der Kirche, bei der evangelischen Kirche, bei der Gemeinde angefragt, ob sie Ideen gibt zur Gestaltung dieses Platzes, was da werden soll. Und die Gemeinde hat sich dann mit ihren Mitgliedern Gedanken darüber gemacht und es war relativ schnell klar, dass keine Kirche wieder entstehen soll, sondern etwas Neues. Und auf der Suche nach diesem Neuen war die Idee, die Religionen, die in Berlin heimisch sind, schon über längere Zeit Christentum, Judentum und Islam gemeinsam in ein Haus zu bringen. Und so ist die Idee entstanden. Und wie sind diese drei Gemeinden jetzt sozusagen mit in den Topf gekommen, sage ich mal? Ich habe gerade die drei Namen genannt, die das vorantreiben, wo unter anderem Sie beiden ja auch beteiligt sind. Wie kam gerade dieses Dreiergespann jetzt zustande? Also natürlich, ich aus muslimischer Seite, wir wurden angesprochen, die evangelische Kirchengemeinde war natürlich auf Suche nach Partnern, weil alles sollte paritätisch funktionieren. Also das ist ja das Einmalige an diesem Projekt, dass nicht jetzt die Kirche etwas aufgebaut hat und dann eingeladen hat, Gäste zu sein oder einfach da mitzumachen, sondern sie haben von Anfang an muslimische und jüdische Partner gesucht. Und diese haben sie, bei der jüdischen Gemeinde war es natürlich nicht schwierig, weil sie unter einem Dach sind, die jüdische Gemeinde zu Berlin. Sie haben sich dafür bereit erklärt und aus muslimischer Seite hatten sie natürlich unterschiedliche Kriterien. Das ist ja, dass man sich hier der Rechtsstaatlichkeit oder der Demokratie zugehörig fühlen kann und hier mit diesen Gedanken was anfangen kann und auch vielleicht noch Erfahrung in diesen Bereichen hat. Und deswegen waren wir wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner als Forum für interkulturellen Dialog, diesen Part zu übernehmen. Was waren die Reaktionen aus den einzelnen Gemeinden, als die Idee aufkam und Sie das vielleicht auch erzählt haben, wir wollen jetzt da was aufziehen, ein neues Projekt, House of One soll es heißen und alle drei Religionen unter einem Dach haben. Was waren die Reaktionen? Ja, geht das denn überhaupt? War immer so eine Reaktion, kann man denn alle in einen Topf werfen? Und das war genau oder ist genau nicht das Anliegen, alle in einen Topf zu werfen, sondern jede Religion soll mit ihrem eigenen Gebetsraum unter diesem Dach präsent sein und die eigene Identität bewahren und die Gemeinsamkeit entsteht in einem Raum in der Mitte des Hauses. Dort ist es möglich, sich zu begegnen, einmal die religiösen Gruppen, Gemeinden untereinander, aber auch mit der säkularen Stadtgesellschaft, also den Menschen, die Religion unter Umständen fernstehen, diese Religion kennenzulernen in ihrer Gemeinsamkeit, aber auch in ihrer Einzigartigkeit hier in Berlin. Das beantwortet ja fast schon meine Frage, denn manchmal ist es ja fast schon schwierig, Protestanten und Katholiken in einem ökumenischen Gottesdienst zusammenzubringen und dann eben jetzt dieses Projekt sogar, das klingt ja nach den Sternen zu greifen fast schon. Es sind nicht die Sterne, es ist vielmehr die gelebte Vielfalt in Berlin, nach der wir greifen und die wir gerne erlebbar machen wollen, aber gleichzeitig auch sie gemeinsam zu leben, unter einem Dach, deshalb House of One. Inwiefern kann jeder da reinkommen? Das ist ja ein sehr zentraler Platz dann auch in Berlin-Mitte. Da sind natürlich die Gemeinden sowieso dabei, aber viele Menschen, die vielleicht jetzt, ich sag mal ganz lax, nicht so viel mit Religion zu tun haben oder das so ein bisschen überdrüssig sind und sagen, aber einen interessiert es mich schon und an dem Ort hat man ja alle Informationen, die man fast braucht. Also inwiefern ist das Haus auch offen dann? Also wir haben sowohl einzelne Menschen oder auch Verbände, Vereinigungen, wir haben eine offene Einladung ausgesprochen, wo alle eingeladen sind, sich zu beteiligen. Dafür haben wir einen Kater formuliert. Jeder, der mit diesem Kater was anfangen kann, der kann gerne dabei sein. Da ist natürlich vor allem gefragt, dass die gegenseitige Respekthaltung, dass man auf Augenhöhe handelt und weiß den anderen zu schätzen. Und das ist halt das Bedeutende, das Wichtige und Menschen, sei es in Berlin oder auch Touristen von aller Welt, sie werden sich, denke ich mal, für dieses Projekt interessieren, weil ja es nicht nur eine Kirche, nicht nur eine Moschee oder nicht nur eine Synagoge ist. Sie interessieren sich aber in so einem Projekt, dieses Projekt zeigt ja seine Offenheit gegenüber anderen. Und da würden sie sich wahrscheinlich auch angesprochen fühlen und eingeladen und das wird wahrscheinlich unser Erfolg sein. Und wir wollen gleich weiter darüber sprechen, über das House of One und vor allen Dingen auch, wie es finanziert wird. Da gleich mehr zu nach Gang of Four und I Love a Man in a Uniform um 17 Uhr und 16 Minuten. Ihr seid bei Flux FM. Ich liebe einen Mann in a Uniform. Gang of Four bei Flux FM in der Morning Show am Nachmittag. Wir berichten über das House of One, ein Haus für drei verschiedene Religionen, für Christen, für Juden und für Muslime. Das ist weltweit einzigartig und das soll entstehen bei uns in Berlin. Bei mir im Studio sind noch immer Pfarrer Hausmann und der Imam Kadir Sanchi, zwei der drei Initiatoren der drei Gemeinden, die das Ganze auf die Beine stellen wollen. Das klingt nach einem ganz tollen Projekt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das vorher noch nie jemand probiert hat. Ja, also ich kann vielleicht ganz kurz mal ein anderes Projekt mal hier erwähnen und zwar in Darmstadt, Kranikstein. Da ist eine evangelische und eine katholische Kirche unter einem Dach. Als ich die besucht habe, habe ich mit dem evangelischen Pfarrer damals zu meiner Studienzeit gesagt, dem habe ich gesagt, ja, das brauchen wir genau mit den Muslimen auch. Er hatte gesagt, wir haben schon 600 Jahre gebraucht, bis wir zusammengekommen sind, also haben sie ein bisschen Geduld. Ich bin froh, dass es bei dem jetzt nicht gedauert, so lange gedauert hat, aber es ist wirklich einmalig, einmalig vor allem, weil es eine eigene architektonische Sprache hat. Also wir haben jetzt keine neue Moschee gebaut oder keine Kirche gebaut oder keine Synagoge, sondern für all diesen dreien haben wir eine neue Sprache versucht zu entdecken und diese zu finden. Und wir haben nicht versucht, ein Haus zu bauen und dann erst mit dem Dialog anzufangen. Von Anfang an, seit vier Jahren arbeiten wir zusammen. Also wir haben uns schon kennengelernt, wir haben schon und wir arbeiten schon gemeinsam und wir sind schon Freunde. Also das ist schon ein sehr gutes Dialogbeispiel, denke ich mal. Und was auch noch ein sehr gutes Merkmal dieses Projektes ist von vielen, dass wir eigentlich am Urort Berlins sind. Also an dem wichtigsten Ort Berlins werden wir dann zu Hause sein, alle drei Religionen. Und alle drei Religionen fangen auch gemeinsam im Grunde damit an. Stichwort Graswurzelprojekt. Graswurzelprojekt ist das House of One in dem Sinne, dass es ein Projekt ist von unten. Also die Menschen der Gemeinde, der evangelischen Kirchengemeinde, der jüdischen Gemeinde und die Menschen vom Forum für Interkulturellen Dialog wollen dieses Projekt gemeinsam gestalten und haben es sich auch gemeinsam erdacht, projektiert. Es ist kein Projekt von oben, das verordnet wird von einer leitenden Institution oder von einer leitenden Ebene, sondern Menschen haben sich zusammengefunden und gesagt, das ist unser Projekt, das wollen wir gestalten, das Haus wollen wir gemeinsam bauen. Daher auch die Spendenkampagne für das Haus als Crowdfunding-Kampagne, wo jeder einzelne und jede einzelne Steine kaufen kann im Wert von 10 Euro, um mitzubauen an diesem Haus. Und da wollen wir jetzt mal näher drauf eingehen, das soll ja dann zusammengesammelt werden, denn im Jahre 2016 soll schon mit dem Bau begonnen werden. Zur Zeit sind 22.000 Euro schon zusammengekommen, es sollen aber insgesamt 43 Millionen Euro werden, damit man solch ein Haus überhaupt auf die Beine stellt. Wie soll das genau funktionieren? Es funktioniert, wie ich gerade schon gesagt habe, über eine Crowdfunding-Kampagne, die seit einem knappen Monat jetzt weltweit eröffnet wurde. Wir sind, Schwerpunkt war jetzt erstmal in Deutschland, aber inzwischen spenden auch Menschen aus dem asiatischen Raum, aus Amerika, aus arabischen Ländern und aus allen europäischen Ländern. Im Moment liegt es daran, unser Projekt bekannt zu machen, zu den Menschen zu bringen über Facebook, über Twitter, über andere Internet-Social-Media-Kanäle, dass es bekannt wird und Menschen von dieser Idee begeistert werden und dann einen kleinen oder einen größeren Beitrag leisten. Da sind auch Gruppen angesprochen, die sagen, wir wollen einen größeren Beitrag, mehrere Steine, viele Steine spenden. Aber die Idee ist immer, dass sich niemand selbst verwirklicht als einzelne Person, sondern dass ganz viele Menschen daran Anteil haben, dass dieses Haus wirklich ein Haus wird, das von vielen Menschen, von vielen Bauherrinnen und Herren getragen wird. Ja, so eine tolle Idee. Enthält das denn auch architektonisch Elemente von jeder Religion, dass sich jeder so ein bisschen wiederfindet oder ist es eher neutral gehalten, dass man gar nicht sagen kann, ah, erinnert er an eine Moschee oder an eine klassische Kirche oder wie wird es aussehen? Von außen her, also sowohl als auch würde ich sagen, wir haben sehr stark darauf geachtet, dass keine sehr starken Merkmale einer bestimmten Richtung da zu erkennen ist. Also dass jeder sich da zu Hause und wohlfühlen kann. Aber dennoch gibt es natürlich Punkte, wo man Merkmale aller drei Religionen vielleicht erkennen könnte. Zum Beispiel ein Kuppel im Turm drinnen oder zum Beispiel würde ich dann für den islamischen Teil sagen, wir werden da an der Seite drei und auf der anderen Seite dann sechs Fenster haben. Und sechs und drei, 36, das sind die Jahre, insgesamt so alt ist zum Beispiel Mohammed geworden, der ist der Prophet der Muslime. Also Sie sehen, wir haben Assoziationen, Merkmale und Symbole vielleicht versucht einzubauen, aber dennoch ist es so neutral, dass alle drei sich da wohlfühlen werden. Also das wird ein neuer Typus ja von Sakralarchitektur, von heiligen Orten, von Religionen, Versammlungsorten und das war auch die architektonische Herausforderung, das zusammenzubringen, ohne jemanden stärker nach vorne zu bringen, aber ohne auch jemanden ins Abseits zu stellen. Und da ist dieser Entwurf, den man sich auf der Website auch ansehen kann bei houseofone.org, kann man da genau sehen, wie das sich entwickelt und was für Gedanken sich die Architekten auch gemacht haben. Sehr schön, das ist auch die Seite, über die man sie unterstützen kann, houseofone.org. Die drei großen Weltreligionen, Christentum, Judentum und der Islam sollen unter einem Dach vereint werden. Ein weltweit einzigartiges Projekt in Berlin-Mitte und ja, wie sie auf die Idee gekommen sind, das haben sie gerade berichtet. Unter anderem die beiden Gäste, die ich hier zu Besuch hatte, nämlich zum einen Pfarrer Erik Hausmann und den Imam Kadir Sanchi. Da gehört natürlich auch noch der Rabbiner Tovia Ben-Kurin dazu oder auch Pfarrer Gregor Hohberg. Und dann werden alle drei Gemeinden versuchen, das zu stemmen mit der Hilfe der Unterstützer. Das kann man sich alles nochmal anschauen unter houseofone.org und da kann man dann auch Steine kaufen und dann wird gebaut und später dann hoffentlich auch dort geheiratet, gefeiert, gebetet. All das, was man dort mal eben machen kann. Alles ist möglich. Vielen lieben Dank, dass Sie hier waren und das Projekt vorgestellt haben und wir sind gespannt, was im Jahre 2016 dann da gewerkelt wird an der Fischer Insel. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank. Und wir hören die Intergalactic Lovers noch vor den Nachrichten mit Northern Road bei Flux FM.